Schmuck ist was sehr werthaltiges und Schmuck ist was sehr langlebiges. Es ist überhaupt nichts, was eine kurze Verweildauer hat. Und in der Sache an sich liegt schon so diese Nachhaltigkeit, dieses sich auseinandersetzen damit, auch dieses immer wieder neu gestalten, das liegt schon in dem, dass Gold ständig neu recycelt wird. Es gibt eigentlich kein Metall oder nichts, was ständig, ständig, ständig immer wieder in diesem Prozess des neuen Kreislaufs mit einbezogen wird. Denn das wenigste Gold, das wir für den Schmuckbereich brauchen, wird neu abgebaut.